ich habe so ein großer pomelo gekauft schauen wir mal schneiden auf guck mal wie es schmeckt hier ich habe das so halbiert ist nicht halbiert so in teilen geschnitten dann öffne ich das mal so so schält man ein pomelo voila es sieht gut aus ich habe die halbiert und jetzt mache ich mal ein bisschen die haut weg und dann essen probieren ob es schmeckt ja okay ein teil habe ich geschält sie sieht gut aus ich habe noch mal glück gehabt manchmal kauft man ein pomelo und dann man macht es auf total ausgetrocknen schmeckt nicht mehr aber diese habe ich noch mal glück habe sehr schön gerade so nicht nass und auch nicht trocken jetzt probiert mal wie schmeckt probiere ich mal ja ein stück schaftig süß säuerlich also pomelo hat viel vitamin see leute im winter essen ja see you later alligator das habe natürlich einen guten pomelo gekauft lecker und schaftig sehr sehr gut und ist gesund ja erst ein bisschen obst ok leute bye bye see you later alligator bye bye bye